Ich habe ein fürchterliches Geräusch gehört, aber ich habe keine Angst, weil die Angst, die sitzt ja im Bauch. Und da traule ich den Bauch, schiebe die Angst hier in den Arm, in die Hand, in die Finger und dann rufe ich. Eins, zwei, drei, uah! Könnt ihr zu Hause auch machen. Und hier aus der Kiste, da kommt das Geräusch her. Da schaue ich mal, was hier drin ist. Oh! Ja, wer bist du denn? Ja, ich habe nichts verstanden. Da schmeiße ich mal mein Verste-alles-Ding an, meine Erfindung. Wer bist du denn? Ich komme von weit, weit her. Ich bin der Herr Tux und ich suche Freunde. Ich komme vom Planeten Rummel Dummel.